Hallo zusammen, hier ist VyDeutschla und heute bin ich wieder für euch in Battle for S&D unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute mal wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg, es hat sich ausgeblinkt und für diesen müssen wir Hochtüftler Mechadrill in der Schlacht von Dazalor auf dem Fähigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem wir den Blinktron MK2 besiegt haben. Und wie kriegen wir den Blinktron MK2 hin? Wir müssen einmal einen Blinktron 4000 stellen, den haben wir hier schon stehen. Und ja, dann quasi den Boss-Pull, was wir gerade tun. Und jetzt ein paar Sekunden nachdem der Boss gekillt wurde, hat hier dann jemand einen zweiten Blinktron gestellt, und zwar den 5000er Blinktron. Und ihr seht, die kämpfen hier gegeneinander. Und da der 5000er besser ist als der 4000er, killt der 5000er den 4000er. Und ja, dann passiert erstmal kurz nichts. Und jetzt seht ihr, spawnt an der Stelle dann der Blinktron MK2. Und der hat ein paar lustige Fähigkeiten. Der macht hier so einen Hit um sich rum, wo man am besten nicht drinstehen sollte. Macht aber jetzt im Normal auch nicht sonderlich viel Schaden. Macht hier Casts, die man interrupten kann. Und eigentlich, ehrlich gesagt, kann er nicht viel. Und den burstet man einfach um. Und sobald man den umgeburstet hat, ist der Kampf genauso, wie er sonst im Normal-Modus auch ist. Also da kommt nichts anderes hinzu. Muss ihn einfach runterspielen. Die einzige vielleicht ein wenig Schwierigkeit ist, ihr solltet den Boss dann am besten auch packen. Denn diese Blinktron sind mittlerweile, ich glaube, einer ist ein Toy, der andere noch ein Item. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall haben die ziemlich lange Abklingzeit. Vier Stunden, meinte der eine, der den gestellt hat. Und ihr braucht halt am besten zwei Ingies, die diese Dinger stellen können. Und wenn ihr den Boss danach verkackt, habt ihr halt vier Stunden Guldor. Wenn ihr noch zwei Ingies habt, gut. Aber dementsprechend, das ist so vielleicht die einzige Schwierigkeit in der Geschichte. Ihr solltet halt den Kampf danach nicht verkacken. Sonst ist hier eigentlich keine Schwierigkeit mehr. Also wenn ihr in der Lage seid, den Kampf normal zu bestreiten, solltet ihr ihn eigentlich aufs erste Mal auch schaffen und dann auch kein Problem mit den Blinktrons haben. Ja, das war es eigentlich schon. Zu den Fähigkeiten vom Boss brauche ich nichts sagen. Ich denke mal, die müsst ihr nicht kennen, wenn ihr die Achievements angeht. Ihr seht hier, bei uns ist das Achievement aufgeploppt. Ihr braucht übrigens das alte Ingy, weil ich konnte hier keinen stellen. Ich glaube, Trainer Ingy ist eins, was man braucht und Legion Ingy. Also ihr braucht da das alte Zeug. Aber ich glaube auch, um zum Stellen nur Skill 1. Also man kann es auch schnell lernen. Ich hatte jetzt hier nur das BFA Ingy, deswegen konnte ich auch keinen Blinktrons stellen. Das nur so am Rande. Gut, das war es mit dem Achievement-Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv werdet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Jellar, bis zum nächsten Mal. Ciao.